Wir haben 70. 70. Abfahren. Parallel über der Bahn. Parallel über der Bahn gelandet. Okay, wir sehen den Wendabflug bis zu 2.3. Genau, sehr schön, alle durch. Ich versteh dich ganz schlecht. Du sollst dir aussuchen, ob du 20 oder 30 Grad machen willst. Super, danke. Dann Licht aus. Wenn man direkt über die Bahn ist, ist doof, habe ich gemerkt. Das kann man später mal machen. Bei mehr Routine. So. Wir machen nochmal Touch and Go. Wir machen Touch and Go, ja. 1.800 Fuß. Der Wind 1.9.0 mit 5 Knoten. 2 Schläge mit der Trimmung. DTP dreht in Rechen gegen Anflug bis zu 2.3. 1.800 Fuß, 85, Ding Grad. Bauen Sie sich ein bisschen auf. Bisschen Geschwindigkeit raus, damit wir die Böhr halten. Fliegen mit 75. DTP dreht in Rechen, Quernflug bis zu 2.3. Fliegen mit 70. Leichter sinken. Vergangen von 20 Grad. Räumt sich wieder ein bisschen auf. 1.800 Fuß an der Windräder. 1.600 Fuß an der Windräder. Fliegen weiter mit 70. DTP dreht in 1.2.3. 1.500 Fuß an der Wind. Lied in 50 Grad. 2.000 Fuß an der Windräder. 3.000 Fuß an dem Hangvor an Er 수백 v maturedenум. Wir kommen mit 80räume. 0.000 Fuß an dem. So, Vergaservorhebung. Chp 190 mit 5 Knoten. Chp, wo ist die Chp? Kurz vor der Bahn. Okay, wir sind noch ein bisschen raus. Die DLW hat die gelandete Maschine in sich. Startet ihr durch oder ist es Fulldown? Startet durch. Okay, dann gehen wir hinter euch in die Piste und starten Richtung 2 und 3.